Hi Leute, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Infovideo und zwar ihr könnt jetzt drei Tage lang abstimmen, welches, welche EP beziehungsweise Album in iTunes, Spotify und so weiter und so fort, also auf den ganzen Plattformen erscheinen soll. Klickt oben einfach auf die Infocard oder unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einer Twitter-Abstimmung. Wie gesagt, das Ganze läuft drei Tage lang und ja, ihr könnt euch dann rund um Weihnachten auf eins von den dreien dann freuen, die am meisten gewotet wurden. Zur Auswahl stehen die Dis EP, Last Step oder die Toto EP. Viel Spaß bei der Abstimmung und lasst euch ansonsten überraschen, wenn es irgendwie gleich schon steht oder so. Jo, bis dahin, man sieht sich, bis demnächst, ciao!